Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer VORUSN80 mit einem weiteren Unboxing-Video für euch und ich bekam ein Paket von ZABIDI mal wieder und da ist ein schönes Steelbook drin und ich ziehe es mal raus. Oh, hier ist dann The Mask of Zoggy mit Anthony Banderas und Anthony Hopkins und der Film fand ich schon früher richtig cool, ist aus dem Jahr 1998 und bin jetzt schon sehr gespannt, wie der Film sein wird. Der kleine Karte freut sich auch schon, wie ich für euch habe, der Karte gehört und der Film geht 137 Minuten, hat wieder einiges an Specials dabei und die halte ich euch jetzt mal an die Kamera, denn ihr wisst ja, mein Englisch ist nicht so gut. Ja und ihr seht hier schon eine richtig coole Prägung von diesem Steelbook, ich finde aber leider die Farbgebung etwas schwach, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich finde es jetzt nicht so schön. Und ja, wir machen einfach mal das Steelbook auf und dann gucken wir es mal an und okay, kann man auch mit der Hand anfassen, weil es ist ein eher mattes Steelbook, nicht glänzend. Ja, was ist denn bitte das? Ja, so schaut das Steelbook aus von der Vorderseite, richtig cool eben das Set, ich finde eigentlich ein bisschen, dass das Steelbook etwas zu dunkel gehalten ist, da hätten wir zum Beispiel einen Glanzleck drauf machen können, richtig cool. Und hier natürlich eine richtig schöne Tiefenprägung von dem The Mask of Zorro, aber leider hier, das Set ist leider nicht geprägt, was richtig cool ausschauen würde. Und leider auch die Flamme, finde ich, etwas dunkel gehalten. Auch der Druck finde ich eigentlich, ich weiß auch nicht, das schaut irgendwie komisch aus, ich komme mit hell. Ja, okay, dann der Spine, der schaut so aus, auch hier recht dunkel gehalten, The Mask of Zorro. So, leider hat dieses Steelbook leider keinen deutschen Ton, sehr, sehr schade. Und wir machen erst mal auf. Und dann haben wir hier einmal die Blu-ray-Disc. Die schaut so aus, schaut ganz cool aus. Guck mal nach. Und einmal hier dann das Innenmotiv, was nur auf der einen Seite ist. Hinter das ist leider nichts, finde ich sehr schade, aber es ist unbedingt zu dramatisch. Aber jetzt kommt das Backmotiv. Und ja, es ist wirklich das Backmotiv, ich will es euch nicht verarschen. Das schaut nämlich so aus. Es ist haargenau dasselbe Motiv wie die Vorderseite. Was soll der Käse? So schaut es aus, ganz toll. Richtig einfallsreich, absolut genial. Bin begeistert. Also da hätten wir zum Beispiel ein schönes Fotomotiv noch machen können von dem Steelbook, meine Fälle. Und nervt einfach, wenn ich sowas sehe. Aber dafür sind beides Heiden geprägt. Hä, ist das schon mal nicht schlecht. Nein, das ist nicht. Ich finde es furchtbar. Da einfalls los. Ja, na gut. Das zu dem Steelbook von die Maske des Zorro. Kostet 17,55 Euro bei Zavi. Wer es kaufen möchte. Mensch, meine Güte. War auch jung, jubbt meine Nase. Tut mir das furchtbar leid. Aber irgendwie, keine Ahnung. Ja. Also ich habe mir ein bisschen was Besseres vorgestellt von diesem schönen Teil. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sorge, dass ihr für meine Nase jubbt in die ganze Zeit. Und dass ich so etwas mies gelaunt bin, wenn ich sowas wieder sehe. Aber sowas geht für mich einfach gar nicht. Einfach dasselbe Motiv nochmal zu nehmen. Das war schon genauso furchtbar wie bei Spectre. Ähm, ja. Okay. Das war's. Das war die Katze. Das war richtig. Wurde zu der Action hier los, ne? Ja, das war's von mir. Und bis zum nächsten Mal. Euer Vossen80. Tschüss. Piep. ões. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Der信 hat es Comment. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich will mich nicht.